so neue folge ich hab ein bisschen laufen lassen habe ich vergessen hab das spiel zu stoppen und der ström ist alle alle hat mich immer allgemein auch gewundert wo dann der so hängt so können wir auf jeden fall drüben schauen aber drüben auf jeden fall ich nehme es mit allem einfach ein bisschen mit ich bleibe zuerst um sie zu setzen zu fern ich werde sie nicht verdienen aber kein bisschen zu setzen eine drüben ich finde sie also schon diesen Ah, der Trümpel. Dann bauen wir den Besten hier mal ... ... ... Eisenstangen, versteckte Eisenplatte Uff So, dann braucht er hier auf die Eisenplatte schrauben ... 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 So, wir sind wieder hier und jetzt können wir uns endlich final mal hier in die Produktionskette kommen. Zwei Eisenbahnen, Eisenbahnen, Eisenstangen, Eisenplatten. Suck, suck. So, dann machen wir hier. So, dann machen wir das dritte, dritte, vierte und fünfte. Hier haben wir es egal, das ist ein Projekt von hier. Suck. Suck. So, so. 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 Konstruktoren. Der ist, der ist, der ist, der ist. Der ist. Okay, suck, suck, suck. Da wird fast der Bio-Treibstoff, fast der Bio-Treibstoff, fast der Bio-Treibstoff. Das wird das erste Mal eine richtig kreis große Fabrik. Krass auf jeden Fall. Und dann hier den Fusionator. Sohn. 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 Ich kann das gut gehen. den anderen mache ich jetzt auch noch platt dass ich das gemacht habe und dann passt das gleich mit der folge Jetzt haben wir jetzt nicht Sachen drin. Was? Das sind große P.P. Ja, futscham diesen Pisschen. Sock. Das ist das Erz, das kann weg. So, dann würde ich mal sagen, war es das mit dieser Folge. Und da rein und ciao.